Hi Leute, ich wollte euch nur kurz Bescheid geben. Hi Leute, ich wollte nur kurz eine kleine Frage beantworten. Und zwar hattet ihr gefragt, in was für Varianten es den Kurs gibt, wie das ausschaut mit der Betreuung. Und ja, es gibt den Kurs eben, den neuen Kurs, weil es übrigens noch nicht mitbekommen hat, das ist die Rede von Nutrition Now, und es gibt den eben in drei verschiedenen Varianten. Und einmal ist es eben die Standardversion, wo du das Zehn-Wochen-Programm hast, wo ich dich über die zweieinhalb Monate komplett mit E-Mail betreue. Also du bekommst jeweils die E-Mail-Benachrichtigungen für die nächsten Lektionen, die in der Woche freigeschaltet sind. Und wenn du da mehr Support möchtest, ist eben das Bronze-Paket, dann gibt es Silber und Gold. Und bei Silber ist es so, dass der Mitgliederbereich mit dabei ist, E-Mail-Insight. Und dort unterstütze ich dich. Es gibt monatlich Live-Q&As. Du hast ein Jahres-Abo da mit dabei für den Mitgliederbereich, wo ich dich ein komplettes Jahr lang unterstütze in den Q&As, wo du monatlich komplett deine Fragen stellen kannst. Und gleichzeitig eben die ganzen Infos und die Deep-Content-Videos und weitere unveröffentlichte Videos aus dem Mitgliederbereich mit drinnen hast. Und auch ein Detox-Guide. Und dann gibt es eben noch ein Gold-Paket, wo auch noch ein persönliches Coaching mit mir dabei ist, monatlich über ein ganzes Jahr, weil das ist wichtig. Das ist kein Prozess, der kurz mal schnell abläuft. Es geht weiter. Und ich möchte es stabil und nachhaltig vermitteln. Und deshalb möchte ich das auch über ein Jahr machen und anbieten. Sonst ist meiner Meinung nach auch nicht der Wille da, da wirklich was zu verändern, wenn du nicht mal dazu bereit bist, dich für ein Jahr festzulegen, dich da zu committen für ein Jahr und zu sagen, ja, ich will das. Wenn du diese Klarheit nicht hast, dann solltest du das definitiv nicht wählen. Genau. Und ja, das ist eben die Möglichkeit, das sind die Optionen. Und ich denke, da ist für jeden was dabei und jeder findet da den persönlichen Support, der für ihn gerade wichtig und nötig ist. Genau. Also schaut da einfach mit drunter. Das war's ansonsten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder im Kurs. Und dann dir noch einen schönen Tag ansonsten. Mach's gut. Ciao.